Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblack Chronicles 2. Im letzten Part haben wir gesehen, dass Pyra, die sieht man jetzt unten links auch noch auf dem Bild, dass sie eine neue Gestalt hat, oder ihre wahre Gestalt. Und jetzt wollen wir unseren neuen Gegner mal wieder verprügeln. Die ist damit richtig Power. So, mal gucken, wie viel die jetzt noch sagen. Oh, die Damage-Tangen sprechen schon mal physisch. So, Tower erstmal drauf da. Das war zu früh, schade. Dann greifen wir auch an. Kinder. So. So, jetzt aber noch. Sehr schön. Oh, warum haben wir das abgeblocken, die anderen jetzt? Na egal. Akos kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Oh, Photon. Zeig mal, was Photon ist. Oh. Okay. Das ist nicht so der große Unterschied zu sonst, aber macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ah, Mist. Der klingelt gleich rein. Oh. Oh, das ist so. So, dann machen wir erstmal den wieder kaputt. Sehr schön. So, toll, dann kannst du die Agro mal wiederholen. So, die Einigung nochmal. Halten wir drauf. Okay, die Fähigkeit, wir warmen uns noch kurz auf. Stufe 3. Wir haben gleich noch einen zu verprügeln. So, das war doch ziemlich angenehm im Verhältnis zu vorher. Das war doch ziemlich angenehm im Verhältnis zu vorher. Oh, das machen wir gar nicht mehr. Schade. Ah, komm. Oh, jetzt kannst du gar nichts mehr anhaben. Also, null. So, null. Oh, die Sack. Schade. Ich kann es gar nichts mehr. Wow, wie easy das jetzt ist. Oh. Das war verfehlt. Okay. So, komm mal her. Easy das jetzt ist. Das ist ja der Kacher. Warum musst du denn richtig kurz aufpassen? Eins, zwei. Mist. Kannst echt nichts mehr. Wow. Oh, das wird weh. Ja, kann man so nicht stehen lassen. Dann würde ich sagen, finish den BD nochmal. Ich wette, dass wir winnen, natürlich. Und so mal frei war. So, da haben wir nur Poppy. Und so, da haben wir auch noch mal. Gucken, hat das was gehört? Boah, kannst du gehen lassen. Und der Schrank. Ich kipp dir erst mal rum. Sehr schön. Sagen, hat das nicht gesessen. Hier kommt mal wieder hin. Ich kipp dir. 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 Das war ein tick zu früh. Aber macht nichts. Was sieht jetzt richtig safe aus wie alles? Seine Fähigkeiten laden sich schnell auf, oder? Oh, schon eine Heilung. Hoppy, komm mal drauf. Sehr, sehr schön. Wie wollen wir die Akku halten? Tora kommt überhaupt nicht dagegen an. Zu viel Schaden, würde ich sagen. Okay, dann noch mal drauf da. Oh, der Sack hat seinen Schild benutzt. So, wir haben durchgehend unsere Fähigkeiten. Das ist der Hammer. So, der passt. Sehr schön. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Bruna! Ich... nicht... Wir müssen zurück. Akkos! Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und dann. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Kapitel 4 EGES Oh, ist ein Rückblick Kapitel 4 EGES Kapitel 5 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 EGES Können wir nicht Begepon nach Hause bringen? Er will sein, wo er fallen ist. Es ist traditionell zwischen mercenaries. Ich bin so sorry, Van Damme. Wenn ich nur diese Leute nicht hörte, dann würde ich noch... Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Es ist nicht dein Geil. Es ist egal, was, die Leute werden uns in der Zeit bringen. Was wichtig ist, dass Van Damme all unsere Leben hat. Für jetzt, wir werden ihn nur gegräte. Für das. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher, als ich meine Augenlone warst. Und ich bin so sicher, wenn ich meinen Augenlone warst. Ich bin so sicher. Und ich bin so sicher, wie ich bin. Ich bin so sicher, wie ich ihn mit dem Leidern warst. Ja. Ja. Ich bin überrascht, dass du nicht wirst. Wunderschöne. Pyra. Ich habe mich gefragt. Das Ding, das gestorben ist. Du hast mich gefragt. Du bist so. 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 Ich würde das auch hören. Das Macht, das war normal. Ist das der Macht der Ägis? Ich denke, du hast eine Explosion. Es war ziemlich verrückt. Tora will auch wissen. Pyra war super stark. Warum so stark? Huh? Jetzt, jetzt. Nicht zu den Frauen. Ich denke, Was war ja so. Ja. Nice. Also, das ist nicht du. Pyra? Warum? Huh? Warum hast du mich erwischt? Huh? Was? Ich wollte mich erwischt. Ich wollte mich zurück. Ich habe alles mit ihr, damit ich nie muss diese Macht wiederholfen. Aber dann hast du mich erwischt. W-Wokey-Wokey? Wenn du nicht so gut gewesen wäre, würde das nichts passieren würden. Ich hätte nicht diese Macht gehabt. Du hast nicht gehört, den FanDame? Er sagte, dass du zurückgehalten hast. Er sagte, dass du zu gehen. Aber du musst dich nur aufhörtern, Idiot. Schau wo wir uns jetzt. Du! Du hast wirklich verletzt. Du musst mir sagen. Ich weiß, okay? Ich wusste, dass ich ein Idiot war. Rex. Ich habe nur... Ich konnte dich nicht überlegen. Ich wollte dich sicher sein. Was? Auf jeden Fall, wenn du Fragen hast, kannst du sie fragen. Ich bin weg von hier. Tschüss. Ich bin weggefallen. Ich bin weggefallen. Ich bin weggefallen. Das ist nicht fair. Alle. Ich bin sehr entschuldig. Malos und ich sind Ägis. Blades begrennt mit einem schrecklichen Kraft, stark genug zu destruieren den Welt. Malos ist ein anderer Ägis. Seit langem... war ein Mann, der auf den Weltkrieg hat, um ihn zu Elysium zu treffen und zu treffen seinen Kreator. Aber... als er auf Elysium kam, hat er es leer gefunden. Also, als Proof, dass er diesen Räumen hat, er zurückgebracht hat, malos und ich. Und... als er es zurückgebracht hat, er erneut Malos. warum er es gemacht hat, kann ich nicht sagen. Für Angst. Für Macht. Oder vielleicht... Als Malos wunderte, er hat seine Welt schreckliche Macht ohne Restein. zu ihm... es war natürlich. Er hat niemals gewusst, nichts anderes. Ich wurde erneut von einem Fahrer, der bereit war, zu stoppen Malos' Rampage. Also Malos und ich, ich, zu spät. Ich, mit all meiner Macht, und zufrieden Malos' Rampage, zu spätten Malos' Rampage. Aber nicht ohne einen Preis. Drei großen Titanen gingen in der Herausforderung. Nach der Krieg, ich mich entfernte, um zu erinnern, dass diese Macht nicht wieder erneut werden. Ich habe die Form, die Sie jetzt sehen, und gingen in eine lange, lange, Das war 500 Jahre lang. Die Ägis war. Der Mann, der wunderte Mithra, war Adam, der Erroer des Kronen von Torna. Adam, als Mithra's driver, um zu retten der Welt von Malos' Rampage. Wir Titans, in der Krieg, in der Krieg, Es ist unsere Forderung, zu leben, mit der Menschheit, nach allem. Gramps? Adam, in Pyra, in der Krieg, in einer großartigen Schiff, und sie nach dem Flügel, wo niemand könne ihre Macht. Also, diesen Tag, das ist das Schiff, das wir, das sind Pyra und ich. Ich glaube, es war Fade, dass wir uns wieder treffen. Insofern, meine Freundin nie hätte sich woken up. Du kallest sie deine Freundin? Mithra und ich mit 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 Sie hat nicht so gesagt. Sie müssen verstehen, sie kam aus, weil sie sie wollte, um dich zu retten. Sie hat ihre eigene Zeile für dich. Sie hat sogar ihre Macht als Aegis benutzt. Die Flamme-Präume, die ich benutze, sind nur ein... ...schädel ihrer Kraft. Droppen von excesser Energie tritt durch die Zeile. Keine Angst. Sie war richtig. Das war alles meine Schuld. Ich bin nur glücklich... ... dass Sie endlich aufbauen können. Also, danke dir. Für alle, ich meine. Für mich? Ich? Sie sind unglaublich. Ich kann die Wahrheit hinter den Legenden. Entschuldigung. Ich... Sie entschuldigen sehr viel. Sie wissen das. Ich glaube, Sie fühlen sich immer schuldig. Über die Macht des Aegis. Right? Aber ich... Ich möchte Sie nicht mehr schuldigen. Ich hoffe, dass ich Sie helfen können. Ich weiß, dass ich das. 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 Ich weiß. Ich weiß, dass ich das. Das ist das. Das ist das. 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 Das ist das 3. Das. 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 ganz. Das. 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 Was für Steine? Wie ist das bloße Pote? Oh, first sound. Delicious. Mmm, ich kann nicht warten. Das ist mein Rex. Er nie verliert seinen Schmier. Und das ist das, was uns alle geht. Er erinnert sich an Adam, nicht wahr? Das ist ein Schmier, nicht wahr? Wer ist seine Schmier? Der Mann, der einmal mein Schmier. Dein Schmier? Huh? Aber dann... Kohl ist ein Schmier. Wir haben uns zusammen in der Ägis-Ware. Ja. Sein realer Name ist Minoth. Schmier ist nicht so alt, aber warum Kohl so alt ist? Denn ich bin einer von den Schmier-Ware. Ein Schmier-Ware. Ein Schmier-Ware? Ein Schmier-Ware. Ein Schmier-Ware, der mit den Schmier-Ware wurde mit den Schmier-Ware. Ein Schmier-Ware, der mit den Schmier-Ware wurde mit den Schmier-Ware. Mit den Schmier-Ware, der mit den Schmier-Ware wurde mit den Schmier-Ware. Aber nur sehr wenigstens. Die meisten Schmier-Ware waren Fehler. Und ich war nicht anders. Ein Schmier-Ware, der mit den Schmier-Ware wurde mit den Schmier-Ware wurde mit den Schmier-Ware gegründet. Ich habe nichts mit dem Schmier-Ware gegründet. Und ich habe meine Schmier-Ware gegründet. Ich vermutlich nicht mehr lange dauern. Herr Schmier-Ware? Herr Schmier-Ware, der mit den Schmier-Ware wurde mit den Schmier-Ware gegründet. Herr Schmier-Ware? Herr Schmier-Ware? Herr Schmier-Ware? Herr Schmier-Ware? Once I find Elysium, I'll come see you again. Show it to me then. An interesting notion. Perhaps that is the least I can do. Very well. I'll do it. So see you make it back here in one piece. Understand? Absolutely. You have my word. Thank you. 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 Thank you.